Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Bauch, Beine, Po für Anfänger. Schön, dass du dabei bist. Mach natürlich so mit, wie du dich wohlfühlst. Du kannst jederzeit zwischendurch mal auslockern und dann wieder ins Training mit einsteigen. Wir werden auch nur im Stehen bleiben und so starten wir jetzt auch in der Aufrichtung, denn die ist schon ganz wichtig für unsere Figur. Wenn wir aufgerichtet stehen, formt sich natürlich auch schon das Gesäß, die Schultern erscheinen etwas breiter, dadurch die Taille etwas schmäler. Lass deine Knie ganz leicht, durchlässig, so ein bisschen gebeugt, denn wenn wir sie strecken, dann hängen wir uns richtig in die Bänder, also leicht anbeugen, Brustbein heben, Blick in den Horizont, Schultern ganz locker nach hinten kreisen lassen, einfach beide Schultern richtig entspannt. Lass den Atem fließen, Nase ein, Mund aus. Dann lässt du die Schultern wieder ganz locker fallen, atmest ein, streckst dich und regelst dich, ziehst dich lang, rechts und links strecken, Handflächen, Handrücken. Nimm deine Beine mit in die Bewegung, trete am Platz, richtig mitbewegen. Dann deine Arme so richtig auslockern, Füße gehen weiter, die rollst du jetzt nämlich mal ab, Fußspitze, Ferse, deine Fußgelenke durchbewegen, gut, das Rücklocker. Und dann wirst du etwas langsamer, ziehst gleich dein Knie mit nach oben und wechselst, anderes Knie, Ellbogen Richtung Knie, diagonal bewegen, Wirbelsäule mobilisieren, Hüftgelenke mobilisieren und mit über Kreuzbewegungen auch gleich beide Gehirnhälften verknüpfen. Noch vier, noch drei, noch zwei, ohne Arme jetzt, nach vorne tippen, locker. Nach außen tippen jetzt rechts und links, jetzt stütz deine Hände hier ruhig ein in die Hüfte, hast dein Becken ganz ruhig und versuch die Beine jetzt anzuheben. Werde ruhig langsamer, schau mal, die Fußspitzen zeigen nach vorne, Becken ruhig, du spürst Gesäß, Außenseite, Oberschenkel. Bleib auf einer Seite, dreimal hoch, hoch, hoch und wechseln, gut. Versuch die Balance zu finden, du kannst dich auch festhalten, aber kurz die Balance halten ist immer gut, kräftigst auch gleich deine Stabilisatoren und jetzt wirklich hier Außenseite, Oberschenkel und Po. Merkst du schon? Schon, oder? Nochmal, jede Seite, drei, letztes Mal, zur Mitte kommen und kurz entspannen. Einen Arm fallen lassen, Handfläche zeigt zu mir, Knie wieder etwas durchlässig, Hände oder die andere Hand an den Kopf, Schulter tief, bisschen vor den Ellbogen und jetzt neigst du dich zur Seite, ziehst dich dann wieder aus deiner schrägen Bauchmuskulatur nach oben. Nochmal, in deinem Tempo, noch einmal. Noch einmal und Seite wechseln, andere Hand, Ellbogen bisschen vor, Handflächen nach vorne und zur Seite. Noch einmal. Und langsam wieder zur Mitte zurückkommen, entspannen, locker lassen, bleib hier gleich stehen und setz dich nach hinten in Richtung Fersen, Füße aber gleichmäßig belasten und jetzt ganz egal wie tief du gehst, geh so ein Stück tief, vielleicht sogar noch tiefer, vielleicht in die waagerechte Oberschenkel, drück dich dann mit deinem Gesäß wieder nach oben. Deine Beine sind hüftbreit geöffnet und drückst dich wieder nach oben für deinen noch knackigeren Po. Und Oberschenkel. Kontrollier deine Beine, dass die wirklich parallel zueinander bleiben, deine Oberschenkel. nochmal. Rücken gerade. Noch zweimal. Noch zweimal. Rücken kommen, auslockern, Füße jetzt einmal abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse, auch die Waden ein bisschen aktivieren, die Venen pumpen. Und während du das machst, gehst du jetzt mit deinen Knien nach außen und rollst hier Fußspitze, Ferse wirklich ab, aber wirklich Knie Richtung Fußspitze nach außen, sodass du die Hüftgelenke jetzt bewusst mobilisierst. Dann bleibst du hier, bleib in der Mitte, bleib stehen, nimm beide Hände jetzt hinter den Kopf, Ellbogen wieder ein Stück vor, Schultern tief und neig dich jetzt noch einmal nach rechts, nach links. Und jetzt immer im Wechsel nochmal die schrägen Bauchmuskeln. Zieh deinen Bauchnabel sanft Richtung Wirbelsäule, bleib wirklich aktiv in der Körpermitte. Die letzten noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Zwei, komm wieder zur Mitte zurück. Sehr gut, löst die Arme auf einem Bein jetzt dein Körpergewicht. Bleib wirklich tief, du darfst dich natürlich auch gern abstürzen oder lässt die Arme locker. Und jetzt ziehst du dein Bein nach oben und tippst es wieder hinten auf. Ganz ruhiges Knie hoch, hinten tippen, hoch, hinten tippen. Für den Po nochmal. Geht? Noch zwei, bleib wieder in der Grätsche. Knie gebeugt, aufrichten. Beide Hände hier nach vorne, Hände zur Faustballen, Ellbogen nach oben. Und jetzt drehst du dich über deinen Oberschenkel so weit wie möglich und zur anderen Seite. Ausfringen den Bauch, wie ein nasses Handtuch. Noch mal. Wir machen gleich noch die andere Seite. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und dann kommst du wieder zur Mitte und löst. Kommst auf dein anderes Bein, lass dein Knie gebeugt, ganz ruhig, dein Becken auch stabil. Und dann kommst du mit dem Knie ran und tippst wieder. Ruhig bleiben. Gleich geschafft. Und wieder zur Mitte kommen. Einmal lösen, Becken entspannen. Ganz wichtig natürlich für unsere Figur ist auch der obere Rücken, der uns in die Aufrichtung zieht. Deshalb gehst du mit dem Oberkörper jetzt noch nach vorne. Schultern wirklich zurückziehen. Daumen Richtung Decke. Jetzt zwick deine Schulterblätter hier hinten zusammen und löse nochmal. Also so richtig nach oben bewusst und wieder lösen. Den oberen Rücken stärken. Wichtig ist, Rücken gerade, Steißbein schiebt nach hinten. Bleib jetzt mal oben, den Armen ganz klein. Hoch, hoch, ziehen, ziehen, ziehen. Zwischen die Schulterblätter arbeiten. Ganz kleine. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und aufrichten. Lockern. Einmal so richtig ausschütteln. Arme, Beine lockern. Hast du was gespürt? Sehr gut. Atme ein, streck dich. Und jetzt zieh dich nochmal so richtig lang. Rechts und links lang ziehen in alle Richtungen. Bauch durchbluten, Rückenmuskeln durchbluten. Dann die Arme öffnen, die Ellbogen zurückziehen. Immer wieder an die Haltung denken. Das formt schon mal die Figur. Einatmen und ausatmen. Entspannen. Richtig locker lassen. Spür einen Moment in die Muskeln, Beine, Gesäß, Bauch. Vielleicht auch ein bisschen die Schultern. Oberer Rücken. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich richtig über ein Gefällt mir. Über einen netten Kommentar unten. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Natürlich danke an die, die das bereits tun. Der Link ist unter dem Video. Da steht deine Unterstützung. Und wenn du da drauf klickst, kannst du auswählen, ob du mich mit vielleicht 2,50 Euro, 5,10 Euro, 20,50 Euro im Monat unterstützen möchtest. Was es dir halt wert ist. Vielen Dank. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal dabei bist. Übrigens, meine Videos sind geordnet auf dem Kanal von mir. Da gibt es zum Beispiel eine Playlist Einsteiger. Da gibt es auch eine Playlist intensive Workouts. Oder Figur, also Bauch, Beine, Po oder Wirbelsäule oder Physiofit. Also schau einfach mal rein. Dann findest du dich vielleicht noch besser zurecht. Bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Freue mich auf dich. Tschüss. 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 Tschüss.